Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei Medieval Dynasty Oxbow. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, jawoll. Okay, ich war recht fleißig und habe mir die kleine Pause am Feuer jetzt mal verdient. Wir gehen mal eben schlafen, es ist der letzte Tag des Winters. Und wir gehen rein in den Frühling, haben dort jede Menge Arbeit vor uns, denn alle Felder wollen bestellt werden. Wir müssen Steuern zahlen, wir gar nicht wissen wie viel das ist. 2285, spinnt ihr denn? Leonarda, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Kannst du das Geld zum Kastellan bringen, um die Steuern zu bezahlen? Aber sicher, ich mache es sofort. Herzlichen Dank, meine Beste. So, dann haben wir das direkt erledigt. Machen wir nicht lange rum. Ich habe ein großes Haus gebaut, schauen wir uns das mal an. Und zwar hier. Und ich bin schon fast am überlegen, ob nicht der Floki mit seiner Frau hier rein zieht. Ist bisschen abseits, aber ist nicht so schlimm. Wenn hier einer das größte Haus haben sollte, dann wir. Wäre jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir können auch hier wohnen bleiben. Muss ich mir nochmal überlegen. Wahrscheinlich bleibe ich sogar hier. Und gönne das Haus jemand anderem. Vielleicht den Pferdebesitzern, die da oben wahrscheinlich ansiedeln werden. Das sind ja auch immer reiche Leute. So Pferdehändler. Ich glaube, die könnten hier oben eine schöne Koppel haben. Dann würde ich hier einen Zaun ziehen. Hier hinten vielleicht sogar einen etwas größeren, also so einen stabileren Bretterzaun. Falls doch mal irgendwas da aus dem Wald kommt. Dann hätten die die Fläche hier zum Laufen. Das reicht doch. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Und hier wäre jetzt auch noch ein Plätzchen. Da könnte man durchaus auch noch was hinbauen. Schauen wir mal. Hier unten den Platz beim Dorfplatz. Da würde ich mir noch ein bisschen frei halten. Ich würde gerne noch so ein, zwei Marktstände hier hin zaubern. Und irgendwo muss ja eigentlich auch noch die Schenke hin. Wann kommt die denn? Die war doch sonst immer ganz zum Schluss, ne? Produktion. Schenke. Das dauert noch ewig gefühlt. Ich bin schon froh, wenn wir dann mal den Marktstand erreichen. Neerai 2 wäre das einzige Gebäude, was jetzt noch auf ist. Brauchen wir aber eigentlich nicht wirklich dringend. Weil da arbeitet ja sowieso niemand. Das bisschen machen wir dann selber. Ich finde es schön. Wie die Leute immer sitzen. So, unsere Frau habe ich jetzt vom Wasserträger befreit. Mal kurzfristig. Die arbeitet gerade in der Kräuterhütte. Die wir neu aufgestellt haben. Die sammelt uns Wegerich und Löwenzahn für Heiltränke 2. Wären das die Zutaten. Warum nicht? Können wir erst mal gucken. Im Sommer kannst du ein paar Beeren sammeln, damit wir hier ein bisschen was für unser Verdorbenes haben. Guck mal. Alles fertig. 440 Verdorbenes? Wie viel Dünger können wir davon machen? Schauen wir gleich mal. Dünger aus Verdorbenes. Ah, okay. Da braucht man tatsächlich 10. Das ist so eine ganze Menge. Aber das ist schon mal besser als nichts. Denn jetzt haben wir wenn man ja das täuscht, um die 200 Dünger am Start. Das reicht, um hier alle Felder zu bestücken. Ich sehe gerade, hier gibt es ein Problem. Achso, der Brunnen ist jetzt nicht mehr besetzt. Das ist klar. Die habe ich ja abgezogen. Für die Kräuterhütte, unsere Frau. So, wie viel Dünger haben wir denn? Und wie viel können die jetzt schaffen? So, ja. Über 200. 201. Der Roggen ist fertig. Kann geerntet werden. Das heißt, hier müssen wir jetzt wieder anpflanzen. Hafer, richtig? Für unser Tierfutter. Ich gucke mal ganz kurz. Haferkorn. Ja, im Frühling. Okay. Gut, das heißt, die haben 150 Dünger für Leinsamen und die 25 hierfür. Das heißt, ich würde noch 175. Haben wir noch 26. Brauche ich hier noch 24 Dünger? Wenn wir das andere 50er Feld noch mit Kohl belegen wollen, mache ich das eben selber, weil die das nicht schaffen? Ach, guck mal hier, wie die abgehen. Er ballert schon den Flachs hier drauf. Was? Stellen wir nicht so an. Er sendt schon hier den Roggen. Ah, wir warten mal ab. Vielleicht kriegen wir das auch hin. So, und dann machen wir eine kleine Rundreise. Wir gucken mal in Piestovia. Hier gibt es, glaube ich, noch einen Auftrag. Und wir gucken mal am Questboard vorbei. Irgendjemand bei uns möchte auch was. Unser Fischer. Was hast du denn noch im Herzen? Gottfried, kann ich dir bei was helfen? Mein König, du kommst genau zur rechten Zeit. Danke. Alter, Volta. Erstens, ich bin dich dein König und du stinkst nach Bier. Verzieh dich den ganzen Tag allein in seiner Fischerhütte. Hock dann zur rechten Zeit. Wofür? Du kommst genau zur rechten Zeit für Bier. Bietest du mir welches an, oder soll ich... Natürlich soll ich dir welches besorgen. Nun, da hast du nicht Unrecht. Also, wie wär's? Schon gut, schon gut. Aber ich mach das nur für die Reputationspunkte. Was? Ich hab nichts gesagt. Bierzeit. Naja, das werd ich verkaufen müssen. Wir werden selber kein Bier herstellen können. Auf die Schnelle. Aber was genau will er denn? Ist bestimmt wieder schweineteuer. Zwei Roggenbier. Ja, das kaufen wir mal schnell. Dann stoßen wir mal an mit Gottfried. Unser erster Dorfbewohner. Da kann man das schon mal machen. Ich hab mir auch ein Waschzuber gegönnt. Dass, wenn wir hier loslaufen, ich mich auch mal sauber machen kann. Wenn ich immer da diese eine Stelle im Fluss suchen muss. Ich laufe mal schnell rüber. Ja, das ist herrlich grün. So. Wir können zwei neue Dorfbewohner zu uns holen. Das heißt, wir gucken mal, was hier so übrig geblieben ist. Oh, Oldmir. Der Oldmir ist gut in Landwirtschaft und Herstellung. Ich bin nur eine Jägerin. Ich bin nur eine Jägerin. Schon okay. Ich glaub, Oldmir, dich nehme ich mit. Einfach, weil ich deinen Namen geil finde. Was kannst du denn besonders gut? Ein guter Handwerker. Das ist immer der gleiche Spruch. Als Kind bin ich einmal in den Brunnen gefallen. Obelix. Ach nee, das war ja der Zaubertrankkessel. Nicht in Hüllen und Schächten. Gut, du bist eh nicht gut in Gewinnung. Von daher ist mir das egal. Obwohl, wenn ich wen für den Bergungsschuppen boh... Zurück. Ist gut. Ich muss wen in Gewinnung nehmen. Ich will noch zwei Gute in den Bergungsschuppen stecken. In den zweiten. Ich will noch einen aufstellen. Dann lass ich ihn erstmal hier. Ich brauch wirklich zwei gute Gewinnungsleute, die ein bisschen knüppeln können. Muss ich nochmal in Skawki gucken. Ob wir da wen finden. Aber mal schauen, was es hier für eine Quest gibt. Und hier hat auch noch ein Bewohner eine Quest. Bist du das? Nee, nee. Du bist das nicht. Du bist das vielleicht. Barlim. Kann ich dir bei etwas helfen? Seufzt. Wieder ein Krug weniger. Treiben sich in Piastowia etwa Krugkriminelle herum? Scheint so. Wenn ich nur einen von ihnen auf frischer Tat ertappen würde, dann ist es so peinlich, wenn ich nichts habe, in das Getränke eingeschüttet werden können. Weil sich alle drohend Krüge unter unerklärlichen Umständen Luft auflösen. Ach, vielleicht kann ich dir ein paar neue bringen. Nein, nein, nein. Ich will wissen, wohin sie verschwinden. Und wenn ich immer wieder neue Krüge kaufe, unsere Schenke mehr Verlust als Gewinn. Vielleicht brauchst du Hilfe herauszufinden, wer dahinter steckt. Das ist genau das, was ich brauche. Finde diese Bastarde. Wäre ich Kastellan, würde eine öffentliche Hinrichtung für sie in die Wege leiten. Ohne ihre Finger abschneiden. Oder rede besser mit meiner Frau. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Dann werde ich mit ihr reden. Aber du hast ja vielleicht... Sag mir deine Ware. Hast du ein Roggenbier für mich? Und wie teuer wäre denn das? Gut. Alter. Gottfried. Das ist eine teure Investition, muss ich mal sagen. Zwei Roggenbier hier zu kaufen. Wie wäre es mit einer Runde Karten spielen? Noch jemand? Alle fragen mich nach deinem Spiel. Wie hieß es doch gleich? Gwund? Gwund? Gwind? Keine Ahnung. Ich habe weder Karten, noch kenne ich die Regeln. Schade. Wird hier auch noch The Witcher verarscht, oder was? Oh, nice. Bier haben wir gekauft. Dünger stellen wir uns, glaube ich, eher selber her. Was kriegen wir mit dem Dünger eigentlich noch hin? Das würde ich erst mal ausprobieren. Ach, mit seiner Frau sprechen muss ich. Warte mal, wo ist die denn? Hauen wir die Mission an. Oh, Kriminelle. Da. Achso, die fegt hier auch. Das hätte ich gleich hingehen können. Hallo, Rosslover. Entschuldige das Verhalten meines Mannes. Die ganze Situation macht ihm wirklich zu schaffen. Vielleicht sollten wir ein paar neue Regeln einführen. Wir können die Gäste nicht dazu zwingen, ihre eigenen Krüge mitzubringen, aber vielleicht können sie einen persönlichen Gegenstand am Tresen lassen, damit sie zurückbekommen, wenn sie ihre Krüge zurückbringen. Das Pfandsystem. Es gibt nichts zu entschuldigen. Eigentlich könnte das sogar eine ziemlich gute Idee sein. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Und danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast, uns zu helfen. Wir haben eine Menge zu tun. Mutzige Teller waschen zum Beispiel. Leider lösen sich die nicht in Luft auf. Ich werde mein Bestes tun. Langs weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. An deiner Stelle würde ich zuerst mit einigen unserer Stammgäste sprechen. Ein Zulibur kommt beinahe jeden Abend, aber gestern habe ich ihn nicht gesehen. Maslav nimmt oft an Wetttrinken teil. Du kannst außerdem mit Rassigniew sprechen. Der Junge schnüffelt ziemlich oft in unserer Schenke rum. Kinder sehen oft Dinge, die wir nicht bemerken. Ich hoffe, einer hat etwas Hilfreiches beizutragen. So, da drüben ist doch schon mal einer. Von den Limmeln. Bestimmt überall Krüge rumstehen in ihren Regal. Hier sitzt wer. Zulibur. Du bist ein Stammgast der Schenke, nicht wahr? Oh, hallo. Was kann ich für dich tun? Oh, ich? Nun ja. Ja, bin ich. Warum fragst du, wenn ich fragen darf? Du weißt, dann weißt du bestimmt, dass ich ein Problem mit dem Tonkrü... Ich war's. Ich hab einen mitgenommen. Oh, in Ordnung. Das ging ja schnell. Ich wollte ihn nicht stehlen. Ich wollte ihn nur reparieren. Der Griff ist nämlich abgefallen und ich habe mich zu sehr geschämt, um Roslava zu sagen, dass ich ihn mit nach Hause nehme. Das Problem ist nur, dass ich es nicht geschafft habe, die Schlüsselzutat für den Kleber zu bekommen. Äh, lass mich raten. Honig? Honig? Oh, vielleicht könntest du mir welchen bringen. Das nehme ich an. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt Honig herbekomme. Honigwabe einmal. Wo kann ich die denn kaufen? Gibt es hier einen Imker? Oder habt ihr hier sowas? Jetzt kaufe ich bei ihnen eine Honigwabe. Ja, tatsächlich. Einer hat er. Aber die kostet ja nichts. Das geht ja noch. Ist für deinen Krug. Ist für deinen Krug. So was Bescheidertes. Eine? Naja, das passt schon. Warte. Zu, die Bohr. Ich komme. Sitzt er hier oben, der Vorderwind? Schönes Bäumchen. Hast du den Honig? Jo, ich habe ihn. Herzlichen Dank. Der Kleber wird einige Zeit zum Trocknen brauchen. Könnte ich dich noch um einen Gefallen bitten? Ich bin hergefallen. Gefallen tun es mein Schicksal. Hm. Parkfreie Haus. Gut. Könntest du ihn zu Roslava und Balin zurückbringen? Ich möchte ihrem Zorn nicht begegnen. Vor allem nicht Balins. Geh besser zu Roslava. Sollte es keine so große Angst haben, dass er die ihm passieren könnte. Ich bin sicher, sie würden das verstehen. Aber ich kann mich für dich darum kümmern. Dann komm bitte morgen wieder. Oh mein Gott. Oh, wir haben den Stall freigeschaltet, Leute. Nice. Ich gehe zu Roslava hier. Nicht, dass der alte mir gleich einen überzieht. Nein, du bist doch... Das ist doch falsch hier. Achso, ich muss das gar nicht abgeben. Wir müssen auf den nächsten Tag warten. Alles klar. Sprich mit Maslav. Alter, ist das eine Riesenquest. Okay. Dann gehen wir auch da noch rüber. Schaffen wir. Wir haben den heutigen Tag schon Zeit. Kümmern wir uns mal ein bisschen um... Oh Mann, der wohnt auch da draußen, oder was? So ein Mist. Da sind wir hier durch. Ja, ich arbeite jetzt einen nach dem anderen ab. Ist egal. Wo ist er denn? Der ist auch hier draußen, verdammt. Maslav. Was bringt dich zu mir? Ja, ich habe gehört, du nimmst oft bei Wetttrinken in unserer Schenke teil. Ich nehme nicht nur teile, ich gewinne. Dann sollte ich dich wohl zu deiner Trinkfestigkeit beglückwünschen. Besten Dank. Und warum fragst du? Willst du dich etwa mit Pias Tovias Trinkmeister messen? Eigentlich bin ich auf der Suche nach verschollenen Tonkrügen. Oh Gott. Tonkrüge? Warum sollte ich irgendwas über Tonkrüge wissen? Willst du mir was unterstellen? Warum wirst du plötzlich so nervös? Ich nervös? Iwo. Ganz und gar nicht. Also gut. Oh, schau mal. Der Quartiermeister und Balim. Was? Wo? Du sagst mir, du bist nicht nervös. Schon gut, schon gut. Vielleicht habe ich einen mitgenommen. Da holt er den raus. Aber ich gebe ihn nicht zurück. Warum nicht? Weil ich mein letztes Wett trinken dank dieses Krugs gewonnen habe. Also hast du ihn gestohlen? Einfach so? Ich habe ihn verdient. Ich bin sicher. Dank ihm werde ich nie verlieren. Ich habe ihn als Preis mitgenommen. Du kannst nicht alles dem Krug zuschreiben. Du hast die Wettbewerbe gewonnen. Nicht der Krug. Ja. Nicht der Krug. Hm. Lass uns eine Abmachung treffen. Wir trinken um die Wette. Wenn ich gewinne, behalte ich den Krug und du wirst Balim nicht sagen. Und wenn ich gewinne, gibst du ihn zurück. Das ist gerecht. So machen wir es. Ah, ich habe Lust auf ein Wett trinken. Lass mal gucken. Du siehst, wie ein großer Teil des Bieres gar nicht im Mund deines Gegners landet. Okay. Okay. Benutze die selbe Strategie, nur besser. Also, das muss ich dir lassen. Du bist ein würdiger Gegner. Nimm den Krug. Ich sehe ein, dass ich gegen dich nicht gewinnen kann. Wie hast du, wir als Meister zu besiegen, war gar nicht so schwer wie gedacht. Oh Gott. Was macht man nicht alles für so einen Tonkrug? Wo ist denn der Eingang? Bin besoffen. Oh, Entschuldigung. Alter, ich kann nicht mal richtig geradeaus laufen. Oh mein Gott. Oh, nicht so schnell rennen, sonst musst du noch reiern. Oh. Warte mal, hier hoch. Oh, ich. Nein, ich habe so einen Linksdragel. Und jetzt einen Rechtsdragel. Sehr geil. Das war schon knapp. Das stand schon unterkannte Oberlippe eben. Oh, wo ist er denn jetzt hier? Oh Mann, wie lange dauert denn das? Ist mir wieder vor einen Pfahl gelaufen. Naja, passiert. Kennen wir alle. Hast du bei der Suche nach den Krugdieben schon Erfolg gehabt? Etwas. Ich habe einen Eurer Tonkrüge zurück. Wie? Wo war er? Maslow hat ihn als Glückskrug benutzt. Du solltest beim Wetttrinken gut aufpassen. Ja, das nehme ich. Ich will seinen Namen nicht nennen. Glückskrug? Was werden sich die Leute noch einfallen lassen? Dann danke dir. Okay, sprich mit Rassigniew. Kaninchenprinzessin? Okay. Oh Mann, ich kann immer nicht gerade auslaufen. Wie lange dauert das? Wo bist du? Ja, der Bengel. Ist es etwas Wichtiges? Seine Majestät mag es nicht zu warten. Wo hast du diesen Tonkrug? Im Gebüsch? Im Gebüsch? Jemand muss ihn dort verloren haben. Der Krug stammt aus der Schenke. Wenn du ihn mir gibst? Nein. Das ist meine Kaninchenprinzessin. Für mich sieht es aus wie ein Krug. Das letzte Mal eins gesehen habe, sah ein Kaninchen ein bisschen anders aus. Ganz zu schweigen von Prinzessin. Weil sie verzaubert ist. Ich verstehe, aber ich bin sicher, dass die Kaninchenprinzessin gerne in ihr Schloss zurückkehren würde. Smarte Antwort. Wo willst du wissen, was sie will? Du hast gar nicht mit ihr geredet. Oh nein. Lass mich mal mit ihr reden. Warum tue ich das? Einfach weil ich wissen will, was passiert. Warte kurz. Ja natürlich, Eure Majestät. Die Kaninchenprinzessin wird ihr eine Audienz gewähren. Eure Majestät, vermisst du deine Familie nicht? All deine Brüder und Schwestern? Ich habe sie noch nie gemocht. Oh Gott. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, Geschwister zu haben. Aber am Ende ist doch alles gut, dass es sie gibt. Vielleicht hast du recht. Aber nenn mich bitte Eure Majestät oder Eure Hoheit. Wir kennen uns noch nicht so gut. Sehr wohl, Eure Majestät. Ich bitte um Vergebung. Und vergiss deine Eltern nicht. Den König und die Königin. Sie müssen sich große Sorgen machen. Und sie erwarten sich sicher mit einer Menge Karottensaft. Also ich nehme an, ich mag Karotten. Unser Schloss ist aus Karotten angebaut. Alter. Und du könntest immer noch später wiederkommen, wenn ich mein... Wenn dein lieber Freund hier alt genug ist, würde ich zum Heiraten und König werden. Aber jetzt musst du in dein eigenes Königreich zurückkehren und lernen, eine Königin zu werden. Alter, das ist ja ein komplettes Märchen hier. Ich nehme das mal. Aber ich werde sie vermissen. Du kannst sie in der Schenke besuchen. Ah, sie entschied zu ihrem Volk zurückzukehren. Die Kaninchenprinzessin. Sehr gut. So, ein Drittel noch ungefähr. Dann bin ich wieder... Dann bin ich wieder fresh. Ich gebe mal den Becher ab hier. Bringe ihre Majestät die Kaninchenprinzessin nach Hause. Ist das wegen Bier hier oder wegen Tonkrügen? Tut mir leid, aber ich bin nicht sicher, ob ich da folgen kann. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das tue. Vergiss es, hier ist dein Tonkrug. Oh, vielen Dank. So, Postnum hier noch? Alter Schwede, wo ist der mittlerweile? Da. Das ist alles im besoffenen Zustand. Ey, der läuft weg von mir. Postnum hier, warte. Hast du zufällig... Oh, vergiss es, jetzt erinnere ich mich. Blass, aber gern geschehen. Hast du öfter solche Gedächtnislücken? Ja, also normalerweise nach einem Besuch in der Schenke. Vielleicht solltest du weniger trinken. Trinke nicht mal so viel. Ich bin nur kein besonders guter Trinker. Upsa. Und nichts geht über ein Bier nach einem harten Arbeitstag. Das Problem ist nur, dass ich viel zu oft nicht in meinem Bett aufwache, sondern vor meinem Haus oder bei einem Palisaden. Ich habe gehört, dass ich sogar manchmal nachts zu meinem Marktstand gehe und versuche meine Waren zu verkaufen. Könnte es sein, dass du manchmal ein paar Tonkröge aus der Schenke mitnimmst? Ich würde sagen, das ist gut möglich. Schwer zu sagen. Ich erinnere mich ja nicht viel. Darf ich nachsehen, ob bei deinem Haus oder deinem Stand welche rumliegen? Sicher. Oh, fünf Stück? Tonkrug, den Posnumier verloren hat. Was? Wo? Ah, hier ist er. Nicht gesehen wegen dem Stein. Warte mal hier, wo ist einer, ne? Alter, was ist mit dem? Da? Kann man schlecht sehen jetzt. Weil die wirklich mini sind, die Teile. Hier liegt, glaube ich, keiner weiter. Hier drin hat er auch nichts, ne? Okay. Wo? Da. Upsa. Hier irgendwo einer in der Ecke? Da, auf dem. Hatte ich hier einfach stehen lassen. Hier ist noch einer. Einer fehlt mir noch. Und hier auf dem Weg zu seinem Haus, oder was? Hier ist noch irgendwo einer. Oben? Hier hat sie ihn auch hin verschlagen, im besoffenen Zustand. Das ist einfach gut. So, Balim. Ich habe hier noch, äh... Die hässlichen fünf Tonkriege für dich. Ich habe ein paar andere Tonkriege. Ziemlich viele, wie ich sehe, was mit ihm passiert. Wahrscheinlich hat Postlemyr sie im betrunkenen Zustand immer wieder verloren. So viele. Ich lasse ihn nie wieder ohne Ausnüchterungstrank aus meiner Schenke. Okay, das könnte eine gute Idee sein. Aber ich habe ein Met bekommen. Und Dynastie. Das war's. Sehr gut. Müssen wir nochmal hier bei dem Dingens vorbeischauen. Am nächsten Tag. Und ich bin auch fast... Ja, ich bin jetzt gerade wieder nüchtern. Gott sei Dank. War ja genau abgemessen, das Ganze. Habe ich noch was vergessen? Sollte... Oh. Fest sollte ich mal anlassen. Sonst vergesse ich das wieder. Äh, wir gehen mal zurück in unser Dorf. Es wird ja mal Zeit den ganzen Tag jetzt hier mit der Quest fast verbracht. So. Wie spät haben wir es wohl? 20.41 Uhr. Wieder zurück. Mal gucken, ob... Der Gottfried hier noch irgendwo sitzt, dass ich ihm sein Rum hier mal in die Hand drücken kann. Gottfried! Mein König. Ich habe dein Bier. Verzieh dich, du Seufer. Prost, mein Freund. Geil. Warum war das aufgeteilt mit den Dynastie-Punkten? Befragge. 3500 haben wir insgesamt... Ach du Scheiße, was ist denn bei der Nahrung los? Oh, warte mal. Das sieht aber schlecht aus. Ist das schon wieder so dünn? Hilfe. Lauter Panik höre ich mir erstmal verlaufen. Deine Fackel an hier. Siehst du besser? Ja, ist nur noch 27 Kohl da. Wow, haben die was weggezischt. Mittlerweile ist der Verbrauch ziemlich hoch. Wo habe ich denn das Fleisch hier? Achso, ich war Wildschwane jagen noch, glaube ich, ne? Schleppe ich die ganze Zeit mit mir rum. Oder habe ich das eben als Belohnung gekriegt? Hier ist ein Haferbier. Und ein Met gab es auch noch. Na, siehst du, da haben wir ja sogar noch ein bisschen Kohle gemacht. Aber das Roggenbier hier fast wieder drin. Hier ist noch ein Weizenbier. So, ein Stein ist da irgendwie noch in der Tasche. Jetzt müssen wir auch mal gucken. Ich hau ein bisschen gebratenes Fleisch jetzt, glaube ich, mal rein. Beziehungsweise, ne, Kohlsuppe bringt jetzt nicht so viel. Ich werde jetzt mal das Fischfilet hier einfach mal durchbraten. Und vielleicht noch ein bisschen von dem Fleisch. Damit hier unsere Leute auf keinen Fall hungern müssen. Das darf hier nicht sein. So, Grillrost. Ich mache mal was auf dem Grill für uns alle. Bisschen Fisch, bisschen Fleisch. Ist für jeden was dabei. Und dann wird es tatsächlich Zeit, dass wir, das Kohlfeld es muss, das müssen wir die Jahreszeit noch anpflanzen, dass wir im Sommer neuen Kohl bekommen. Hab ich hier noch irgendwas drin? Das heißt, wir müssen noch ein 50er Feld machen. Ist ja kein Problem, schaffen wir noch. Wir gucken mal nächsten Morgen direkt. Wie viel die da jetzt schon geschafft haben auf den Feldern. Ich lasse das nochmal ganz kurz hier. Guck mal, wie viel Nahrung wir dann haben. Das wird nicht ganz reichen. So. Ja, doch, passt schon wieder. 700 zu 570. Das sollte ja dann für den Frühling schon reichen. Und in der nächsten Jahreszeit gibt es ja direkt wieder Kohl. Steuern bezahlt haben wir auch schon. Ich würde sagen, wir verschaffen uns hier den nächsten Morgen dann mal einen Überblick. Was wir jetzt noch brauchen. Ich gehe mal pennen. Letzte Schnapseler. Hier sitzt noch im Feuer. So. Schlaf bis zum nächsten Tag. Jetzt kannst du ausmachen. So. Morgen. 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 Boah, und die was? Und das hier ist eigentlich nochmal recht wichtig, dass es zumindest mal läuft. Der Hafer ist komplett ready. Alter Schwede, sind die gut. Das Flaxfeld hier ist komplett ready. Hier sind sie noch ein bisschen dabei. Ich bin begeistert. Die haben komplett die drei Flaxfelder besät. Gut, die waren vorbereitet. Die waren ja schon unbebraten. Bis auf diese ganz kleine Ecke hier vorne. Hier haben sie einen Feierabend gemacht. Das heißt, die schaffen das Kohlfeld locker noch. Aber es ist Feld 5. Dann aktivieren wir das jetzt auch mal. Hier, da, Feld 5. Einmal Kohl bitte. Das schaffen die ja wohl in zwei Tagen dann auf jeden Fall noch. Sehr nice. Dann müsste ich mal gucken, dass ich noch ein bisschen Dung abhole. Bei Schnitzel und Pommes. Na, ja doch. Hier ist schon wieder ein bisschen was. Mal gucken, was er selber schon abgesammelt hat. Ha. Macht mal eure dicken Ärsche hier ein bisschen aus dem Weg. Muss mal eure Kacke aufsammeln. Sehr gut. Das Wetter wird sich ändern? Okay. Bald Regen, oder was? Muss ja nicht unbedingt sein. War hier noch Dung drin. Und wie viel? Ja, 32. Das ist sehr gut. Ja, die haben ja noch 160. Ach ja, da ist noch so viel Dünger. Das waren ja schon fertige Felder. Ich wusste ja gar nicht. Ich schmeiß das da rein. War ich ja locker. Kohlsamen sind auch noch da. Säckchen. Kohlsamen genug. Mehr als genug. Säckchen und Haken. Also Hacken. Nicht Haken. Acht Kupferhaken. Perfekt. Perfekt. Acht Kupferhämmer. Oh, sie hat jetzt aber ganz gut was hergestellt. Sogar Messer sind ganz gut da. Oh, das läuft. Wir haben genug Werkzeug. Sicheln. Geil. Ja. Das passt. Okay. Dann sollen die jetzt das eine Kohelfeld noch fertig machen. Äh, was? Ich mache noch schnell die eine Quest jetzt fertig. Was gibt's für Probleme? Achso, das ist immer noch der Brunnen, der nicht bestückt ist. So, Mist. Ich gehe nochmal schnell zu Sulibor und gebe nochmal die Quest ab jetzt am neuen Tag. So viel brauchen wir jetzt in der Landwirtschaft nicht mehr zu tun. Gott sei Dank. So, Sulibor, mein Freund. Da läuft er. Er ist fertig. Was denkst du? Er ist so gut wie neu. Der Schaden wird ihm gar nicht auffallen. Das war mal nett. Muss ich hier nochmal den Krug bringen. Äh, hier ist er. Wo sind die Schenkel? Ich habe hier noch deinen allerletzten Krug für dich. Ich habe einen der verschwundenen Tonkrüge. Gut gemacht. Oh, er war kaputt. Ja, Sulibor hat ihn bei seinem letzten Besuch kaputt gemacht und wollte ihn reparieren, bevor er ihn zurückbringt. Dann hat er sich allerdings zu sehr geschämt, um es selbst zu tun. Ah, mein Kerl. Wie lieb, dass er es versucht hat. Ich fürchte nur, er wird nicht lange halten. Trotzdem danke. Das ist der Gedanke, der zählt. Ah, da habe ich sogar ein Roggenbier für bekommen. Naja, ist egal. Ich habe das, glaube ich, mal auf. Vergammeln? Vergammeln die Getränke auch? Dann würde es ja mehr Sinn machen, die zu verkaufen. Ansonsten würde ich sie aufheben, falls mal wieder einer mit mir anstoßen möchte. Die unser Gottfried. Das war nämlich ganz schön teuer, das Roggenbier, das einzukaufen. Ich gucke mal. So, ihr Lieben. Dann sind wir durch für die Folge. In der nächsten gucken wir uns mal den Stall an, den wir freigeschaltet haben. Suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen. Und dann gucken wir mal, dass wir an Pferde kommen. Geld dafür dürfte ja genug da sein. War eine sehr schöne Quest. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bei Medieval Dynasty Oxbow. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn. Tschüssi.